Moin Moin und Willkommen zu Runde 13 Aber Oh, Effizienz-Tech Ne Oh ja Oh, Effizienz-Tech Oh, Effizienz-Tech Eine einfache kleine Welt Sollte schnell gehen Ja, sind nur noch ein paar Sprünge bis wir hier alles erobert haben Na ja, mal schauen, was uns noch alles erwartet Na komm schon Immer diese Ladezeiten Naja Wir hatten bis jetzt nur eine Subkommandanten im Angebot und den musste ich auch noch ablehnen Schade, schade, schade Schade, schade So, zwei, drei Subkommandanten, das wäre perfekt Dann braucht man fast gar nichts mehr machen Würde sich bestimmt in höheren Schwierigkeitsgraden bezahlt machen Oh, fangen wir hier an Initiativale Initiate landing sequence Oh... Ja, diesmal eine Fahrzeugfabrik und keine Bots. Na, die Framerate geht aber ganz schön in den Keller. Ich frage mich wieso. Ja, Radar. Und nichts auf dem Radar. Hm. Ah, liegt wahrscheinlich an der Grafik vom Planeten. Mist. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. So. So. Ja. 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 Mal den. Oder wartet mal. Ah, ich hab ja keine Complete Vehicle Tag mehr, ne? Ja. Schade, ich hätte jetzt sonst gerne diesen Manhattan-Panzer gebaut. Na, jetzt geht's wieder mit der Framerate. Hm, kurios. Ah, manchmal bin ich ein bisschen dumm. Ich hab jetzt die Complete Vehicle Tag abgeschafft. Ich hab jetzt nur noch die Basic. Jetzt hab ich auch keine, ähm, verbesserten Baueinheiten mehr. Das heißt, ich kann auch die verbesserte Verteidigungstag nicht mehr bauen. Ich müsste jetzt eine erweiterte Flugzeugfabrik bauen, damit ich da an die erweiterten... Oh, Mann. Nicht über... Nicht gründlich genug überlegt. Nicht gründlich genug überlegt. Ich würde mich nicht filmen. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Taktischer Raketenwerfer. Große Reichweite. Joa. Große Reichweite lasse ich gelten. Bis zu zwölf Einheiten auf einmal. Siehste, das haben sie geändert. Na gut, bringen wir das hier zu Ende. Auch hier haben sich wieder die schweren Einheiten nach vorne gestellt. Und wie auch ein paar Mal. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wo bleiben die Panzer? Und fertig. So, mal schauen, was wir finden. Eine zusätzliche Datenbank. Die kommt auch wie gerufen. Gut. Soviel dazu. Viel haben wir nicht mehr übrig. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Systeme noch. Das heißt, ein Ende ist in Sicht. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei der nächsten Runde. Bis dann.